Hengst, der aus dem Eis kam, aus den Tiefgefriersperma-Reserven des Champion-Machers Fürst Heinrich. Hier ist er. Und er hat eine Champion-Mutter, die gleichzeitig auch Mutter des For Romans und der aktuellen Bundesschampioness Farsine ist. Das ist nämlich Gesina vom Sir Donner Hall 1, Don Schufo, Sandro, Gephardt, Pik-Bube 2. Züchtet das Gestüt Nebitz und im Besitz von Hans Hofschwe aus Thüne. Meine Damen und Herren, hier haben wir einen Siegertyp vor uns. In seiner Gesamterscheinung schon einmal eine Darstellung für sich selbst. Er ist mit viel Modernität, mit Adel ausgestattet, mit Substanz, mit Linie und besten Proportionen und ein Hengst, der in allen drei Grundgangarten sich am heutigen Tage überzeugend nach vorne arbeitete und sich zudem in einem hervorragenden Outfit befindet. Unser Siegerhengst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Damen und Herren, und dass Sie Siegerhengste feiern können, haben Sie beim Springsieger schon einmal unter Beweis gestellt. Christoph Hinkel fasst noch einmal nach. Und das ist die Idee. Christoph Hin strangers in der Richtung nicht ausgestattet. x Bis zum nächsten Mal.